La Fee ganz privat. In Dauerblitzlicht präsentierte La Fee heute in Berlin ihre DVD Wer bin ich? und verrät, dass sie später den Inbiss ihrer Mama im rheinischen Stolberg wohl nicht übernehmen wird. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, irgendwann mal an der Theke zu stehen und Leuten irgendwie trinken zu verkaufen. Also das ist, naja, geht gar nicht. Popstar ist offensichtlich ein Traumjob.